Mit 93 Jahren, Hollywood-Filmeditor Kempern verstorben. Die Filmwelt trauert um Don Kempern. Der Filmeditor hat eine erfolgreiche Karriere hinter sich, durch sein Mitwirken an den Filmen Easy Rider und Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten schrieb er Filmgeschichte und wurde weltweit berühmt, für letzteren Film wurde er sogar für einen Oscar nominiert. Nun müssen seine Angehörigen sich aber von dem US-Amerikaner verabschieden. Don ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Gegenüber dem Magazin-Zenemontage gab die Familie des Verstorbenen die traurigen Neuigkeiten bekannt, am Mittwoch verstarb der Editor im stolzen Alter von 93 Jahren. Fans trauerten auf Facebook um Don, was für ein wundervoller Mensch er war. Ich wünsche seiner Familie nur das Beste in dieser Zeit oder ich war so fasziniert von seiner Arbeit, schrieben die Nutzer. Don war zu Lebzeiten eine große Inspiration für seine zahlreichen Fans gewesen. Im Jahre 2004 wurde er von den American Cinema Editors für sein beeindruckendes Lebenswerk sogar mit dem Career Achievement Award gewürdigt. ostat Allgemeine anstatt. Bis zum nächsten Mal.